willkommen auf meinem kanal es geht weiter mit lake ja wir haben den samstag das müsste dann der vorletzte tag sein morgen ist ja dann die große feier und ich denke dass das spiel dann zu ende geht und ich habe jetzt erst ein feature entdeckt das wohl schon die ganze zeit im spiel drin war man kann hier eine schnelle fahrten machen man kann wohl auch ein autopilot nutzen das werde ich gleich mal testen also anscheinend kann man sich ja an bestimmten ort auch ich sag mal hier teleportieren so verstehe ich das ich hätte gar nicht einmal rumfahren müssen naja so ist der captain halt probiert mal aus ich will jetzt ich will es da ok und da bin ich so was soll ich denn okay das wird jetzt hier main street ein paket für die main street für die nancy da das große das größte paket ist für die nancy wobei so ein bisschen nimmt einem das ja schon ja man wird über den teleportiert ja weiß ich nicht ist zwar ganz nett so weil ich hätte mich ja über gesperrt was man überall hinlauf oder überall hin fahren muss aber wenn ich mich jetzt über hin teleportieren lassen wir auch nicht so richtig so wenn nancy reden vielleicht ein letztes mal nicht mehr lange ja im moment noch vermissen sie sie naja sind doch nette leuchten oder oder sie sind so warmherzig dass sie wahrscheinlich jeder ins herz geschlossen hat wie machen wir das hier man soll die die hirschstatue durch eine von ihnen ersetzen das gut ja ein schönen tag noch bis dann miss sonnscheinchen das musste sein tun mir leid ich mache das jetzt einfach so mit dem teleportieren ich werde jetzt die sachen die hier in der nähe sind die fahre ich natürlich direkt an aber was weiter weg ist da lasse ich mich dann hin teleportieren ist ja auch die frage wo ist der unterschied zwischen ähm autopilot gibt es genau eine schnelle fahrt gibt es hier und da gibt es autopilot autopilot hätte ich jetzt gedacht er fährt da automatisch hin und ich muss halt nicht lenken naja probieren es auch hat auch gut geparkt übrigens muss man schon sagen so und los geht's außerdem keiner fährt wie der captain gut einmal geradezu muss ja auch was sein ja vom besten am besten fahr ich noch gegen pfeiler gegen man bringt da so einen spruch vorher das werde ich perfekt so hier nein ist dann da für die 207 jo das waren aber mehrere sachen da war noch ein paar postkarten dabei gut bei dem wetter kann man sich verdenken wenn jemand urlaub fährt ich hoffe morgen ist noch mal ein schönes wetter dann auf dem letzten tag das wäre doch das mindeste so ja der laden hat natürlich schon zu unsere videothek das müsste jetzt für hier sein genau ist ja der einzige briefkast in der nähe da kann ich mich gar nicht groß vertun so was haben wir denn noch auf der gegenseite haben wir noch was dann bringen wir da nochmal das briefchen hin ja fahren wir auch noch mal kaputt na klar ist ja egal morgen brauchen wir es ja glaube ich nicht mehr sonntag wird ja keine post ausgefahren da ist dann der große tag so einmal was kann man mal schlecht sagen die seite ich denke mal ja nein ist nicht auf der seite ist auf der anderen seite ok so ähm hmhmhmhmhmhm jetzt probier das mal aus jetzt fahr ich mal achso kann ich das vielleicht nur im auto machen oder vielleicht muss ich eine bestimmte entfernung haben wobei eben habe ich mich ja auch ganz in der nähe teleportieren lassen oder hintransportieren lassen wenn ich heute da Throughout das geht nicht ich könnte hier eine schnellfahrt hin machen dann wäre ich schon mal da äh ok in welche richtung gucke ich denn jetzt in die Falsche natürlich naja fahre ich einmal rum ach ja ich habe mir so viel Zeit- ähäh fahrzeit erspart aber gut darum geht es ja dem spiel wohl auch so ein bisschen ähmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm hier sein. Dieses entspannte Umherfahren. So, da war einmal was. Und dann, genau. Einmal hier noch. Also, das müsste jetzt eigentlich hier sein. Auf der Gegenseite kann er eigentlich sein. Interesting. Ja, das hat sie schon öfter gesagt. Haben wir mal nie herausgefunden, was denn so interesting ist. So, und jetzt verlasse ich mich hier einmal. Ne, das geht nicht. Gut, ich kann mich halt zu dem Ort hin teleportieren lassen. Also, zu dem Haus jetzt der weiß. Okay, dann sind wir schon mal da. Ach, ne, das ist wieder Autopilot. Ah, okay, jetzt brauche ich nicht lenken. Und ich kann jetzt sagen, okay, Autopilot anhalten, wenn ich soweit bin. Oder wenn ich halt sage, ich will das wieder selber lenken. Komm, dann mache ich jetzt. Jetzt übernehme ich wieder das Steuer. Okay. Na gut. Ist halt komisch. Das ist so. Ne, das war ich okay. Das ist mal so ist und mal so ist. So, hier haben wir ein Paket. 303 Vintage Street. Dann wollen wir mal gucken, was wir da haben. Das ist es. Das kleine. Wenn ich wette, ist es niemand da. Ja klar, wie fast immer. So. Hier haben wir noch mal ein Briefchen. Genau. Da drüben auch noch mal ein Brief. Und dann sind wir auf dieser Ecke, glaube ich, auch schon fertig. So. Dann schauen wir mal. Jetzt wollen wir wohin? Dahin. Kann ich mich dahin bringen lassen mit Autopilot? Genau. Ach so. Ne, doch. Ja, das ist wieder. Gut. Dann habe ich jetzt die Hände frei. Kann noch mal ein anderes machen. Zähneputzen. Pulloverstrecken oder so. Was man halt so nebenbei macht beim Datteln. Der Autopilot fährt natürlich auch weit besser als ich. Das muss man schon sagen. So. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Fährt aber nicht, wenn ich... Oder? Fährt er weiter? Nee, fährt nicht, wenn ich auf die Karte gucke. Ja, lassen wir mal machen, ne? Autonomes Fahren. Selbst bei so einem Liefertruck. Und ich bin gespannt, was morgen alles auf uns wartet. Das müssen einige Sachen sein. Ich glaube, dass da auch Entscheidungen anstehen. Wir uns auch entscheiden müssen, ähm, ja, ob wir den Job dann annehmen. Wo halt richtig viel, ähm, Geld winkt. Oder wir halt hierbleiben. Und, ja, ob wir nun vielleicht doch mit Angie irgendwie zusammenkommen. Oder doch mit Robert vielleicht irgendwie was läuft. Das wird auf jeden Fall noch interessant sein. So, hier? Ich glaube, hier war ich noch nie, oder? Uiuiuiui. Wo sind da alle Briefkasten? Wieder so ein verstecktes Ding, ne? Wahrscheinlich bin ich... Ja, wie viel daran vorbei? Klar. Ach, ich hab ganz vergessen. Wir können ja schnell gehen. Haha. So, dann gehe ich mal schnell... Hm, nee, da gehe ich grad nicht schnell lang. Da ging's nicht. So. Wo bin ich da? Autopilot oder schnelle Fahrt? Dann machen wir da eine schnelle Fahrt hin. Okay. Ja, schnelle Fahrt ist halt teleportieren, dann ist man schon da. Ach, hey, jetzt hab ich noch einmal ein Paket für den Typen, ne? Na, mal gucken, ob da nochmal eine Konversation zustande kommt. Da bin ich ja gespannt. So, 400 Lake Road, nochmal ein Paket. Das letzte, das da ist. Okay. Ist das schwer? Komischer Absender. Hab ich mal gespannt. Die Post ist da. Ja, wie immer. Okay, viel Glück. Sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle? Nein! Verdammt! Ich hab's fast gemacht. Ich hab's fast verdammt. Danke, für meine Konzentration zu verbrechen. Ja, hab ich doch gerne gemacht. Ger geschehen, ja. Immer mit der Ruhe. Das ließ sich nur ein Spiel. Vielleicht sollten sie sich ja neu so gut zulegen. So was will man als Gamer nicht hören. Viel Glück dabei. Na gut. So eine richtige Konversation kam doch nicht mehr zustande. So, ich wünsche dir was. Zumindest, dass du dann Highscore brichst. Oder das Spiel schaffst. Ähm. So, dann müssen wir da noch was hin. Dann lasse ich mich da jetzt einmal schnell. Mach ich einmal da schnelle Fahrt hin. Ah. Einmal für den Farmer noch was. Und man hat es aber heute nicht mehr da. Also so du es aber noch nie. Na, und sitzt da wieder auf seiner Veranda. Ne, diesmal nicht. Na, schnelles Gehen bringt jetzt auch nichts. Ich fährt so oder so nass. Hey, fellow Providence-Okeans. Es ist Zeit, once again, für die Set-In-Letters und Announcements. Das war's von Marberion Maureen. Oder Moe, als wir alle wissen. Hey, foe. Ich wollte gerade deine Ears für einen Moment. Ich will Ihnen alles über die Upcoming Open Mic Night über den Moe's Diner this Sunday. Das ist, dass du siehst. 15 Minutes of Fame enjoy some. Well, performances and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening. And maybe even some dancing. You know who you are. Come join the show at Moe's at 8 p.m. this Sunday. I'll come get you if you don't. Well, you heard her, folks. And I'll be there, too, so you better not miss it. Back to the music and one of my favorite songs. Mail carrier Meredith. Farmer DJ Jack. Farmer DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Geisterfahrer? Ghost drivers? Yeah, you know, people driving on the wrong side of the road. Nope, haven't seen them. Okay, I was just wondering. Don't bother. I need to get back to the live show. See you tomorrow, I reckon. Bye now. Nehme ich auch an. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you much. Zurück zum Postamt. Ja, wunderbar. Meine Güte, das schüttet hier aber. So, und da kann ich mich jetzt hin teleportieren lassen. Zum Postamt. Da macht er wieder einen Autopilot. Hier macht er schnelle Fahrt. Ja, dann mache ich da eine schnelle Fahrt. Sonst würde er das Ganze hier einfach fahren. Ja, das ist viel besser. Oh, das ist schon düster jetzt. Irgendwie vergeht dann die Zeit schneller, wenn man sich fahren lässt oder teleportieren lässt. Weil so spät war es ja noch nie, dass in der Tern angegangen sind. Kann natürlich auch im Wetter liegen. So, mal gucken, ob sie heute noch mal was ereignet. Feierabend machen, genau. Das kannst du wohl laut sagen. Hätte er wohl Geld verloren. Und er schätze niemals. Weiße Socken. Wie viel hattest du denn gewonnen? Wie viel hättest du denn gewonnen? Schätze, man kann nicht alles haben, Frank. Tut mir leid, aber ich mache mir nichts aus Sport oder Sportwetten. Das klingt zugegebenermaßen sehr reizvoll. Meinst du das ernst? Danke, Frank, aber danke, nein. Ja, ich würde mich jetzt eigentlich noch nicht festlegen wollen. Klingt zugegebenermaßen sehr reizvoll. Meinst du das ernst? Ja, so machen wir das. Genau, weil ich will noch gucken, was für Optionen es noch gibt. Die Wärme vielleicht verwehrt, wenn ich jetzt schon sage, jo, mache ich. Mal gucken, wer das jetzt ist. Ich sage die Eltern. Hallo? Mal gucken, was anderes wieder erwarten, fand ich es wirklich toll. Ja, schon. Sie haben wohl noch niemanden Neues gefunden. Ja. Na, wieso nicht mir gefällt es hier? Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Was sind Sie nicht sicher hier? Sind es andere Leute involviert? Du weißt, irgendwelche interessanten, vielleicht? Ach, immer die alte Laie von der Mutter. Ähm, das ist es nicht. Das Leben ist halt leichter hier. Naja, es gibt ein paar interessante Entwicklungen, genau. Ach so, es geht jetzt darum, hier zu bleiben. Ja, ich denke da lange drüber nachdenken. Okay, warte mal. Ich habe eine Beweilung, dass mein Vater mit mir zu sprechen möchte. Meredith, ich wollte nur sagen, du musst den Lintfilter auf dem Dreiher jedenfalls ein bisschen schlafen. Okay. Kein Problem, Dad, ich werde mich darum kümmern. Ist der Trockner dir wichtiger als meine Zukunft? Ja, ich werde mich darum kümmern. Kein Problem, Dad. Ich werde sicher, dass du das machst. Great, danke. Ich habe manchmal plötzlich über Dinge wie das in der Mitte der Nacht. Und es ist nicht über den Dreiher, natürlich. Ich will, dass du sicher bist. Und ich bin sicher, dass du okay bist. Ich werde dir den Dreiher erzählen, dass er auf deiner Meinung ist. Danke. Und könntest du ihn auch immer auf seinem Bein schlafen? Er mag das. Oh, ich bin aus Koffern, muss ich gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du denkst nicht, ich bin ein Dreiherrscher, um ein Essen zu haben. Es gibt noch viele andere Restaurants, die da sind. Und ich bin sicher, dass ihre Essen nicht besser ist. Ach ja, wir hatten ja noch mit Robert in Essen, stimmt. Ähm, keine Bank im Robert. Ich bin sehr gerne hier. In Astorik gibt es ein paar nette Restaurants. Nein, ist schon okay hier. Ich habe keine Ahnung, Robert. Ich liebe es hier. Danke, Meredith. Du bist so eine kinder Person. Guten Abend, ihr zwei wunderschöne Leute. Bereit, zu ordern? Frau Präsidentin. Hallo, Maureen. Ich hätte gerne einen Salat. Es ist schwer, ein saftiges Tierwohnstück abzulehnen. Pfannkuchen. Ich brauche jetzt Pfannkuchen. Was brauche ich denn jetzt? Nee, komm, ich nehme Pfannkuchen. Leckere Pfannkuchen ist auch ganz gut. Oh, ein Glas Wein, okay, ein Bier, ein Wasser. Ähm, ja, nehme eine Cola. Coke, gotcha, Robert. Das usual für mich, Maureen. All right, Robert. T-Bone, Steak und eine Bier. Nicht mehr Lumberjacken als das. Ich bin gleich zurück, Leute. Ashley, es ist Peg-Tig-Ton. Es geht mir wirklich nicht. Maureen ist der Beste. Hörst du dir über die open-micke-Night, die sie organisiert hat? Ja, sie hat mir nur etwa ein Dutzend Mal davon erzählt. Ja, sie hat mir nur über das Dutzend Mal davon erzählt. Ich wünsche, ich könnte gehen. Besonders, da habe ich gehört, dass Jack eine Sache tun wird. Jack? Was wird er tun? Eine Vorlesung über Kartoffeln halten, die weiter Vorhersagen für nächste Woche rezitieren. Ansonst du das Wetter für nächste Woche? Believe es oder nicht, er ist ein sehr guter Ballettdanzer. Äh, Jack, im Ernst? Ja klar, du bist Promoter und Manager. Ja, du bist richtig. Und du bist sein Stagmanager. Nein, er ist in der Komödie. Ich würde ihn lieb, hat er gebrochen. Oh, well, das ist eine gute Woche, irgendwie. Ja, da kannst du die Wohnblöcke eine Weile vergessen, ja, weil du hier bei mir sitzt. Weil du hier mit mir sitzt sitzt? Okay, hier sind deine Befehlungen, Leute. Ich bin mir afraid, die Essen könnte ein bisschen länger dauern. Als ein bestimmter Kuchen-Holper, dachte ich, dass der Friezer ein guter Ort, um die Steine zu holen zu haben. Ja, ich sollte wirklich einen von diesen Mikrowave-Oven zu holen, um sie zu holen. Du siehst ein bisschen stresst. Ist das die nächste Open Mic? Warum sollte ich so stressen, um das zu tun? Es wird so schön sein, und du besser bist da, Robert Harris. Maureen, ich bin sorry, aber ich bin Angst, dass ich nicht mehr kann das machen. Ich habe nicht nur gehört, dass du das sagst, junger Mann. Oh, bei dem Weg, Meredith, ich muss ihn holen für zwei Minuten. Er muss auf die Befehlungen für mich. Entschuldigung, Meredith. Das ist die Verpflichtung der Maureen. Wir müssen die Verpflichtung auf die Verpflichtung. Hm. Kommt darauf an. Hm, zu wem ich mal eine Runde fährt. Ich freue mich darauf, in die Großstadt zurückzukehren. Doch, das werde ich wahrscheinlich. Ja, ich werde wahrscheinlich. Es muss hier schön sein, als ob es die große Stadt ist. Hast du schon immer in der Kleinstadt gelebt? Meinst du, du wirst immer hier bleiben? Du denkst, du wirst hier immer hier leben? Nichts ist sicher, aber ich mag es hier. Ich musste, die Stadt nach meinem Davor zu verändern. Das kann ich mir vorstellen. Und wie ist es jetzt? Bist du drüber weg? Und wie bist du jetzt? Hast du es übergebracht? Aber vielleicht sollte ich dich nicht mit den innersten Gefühlen der Lumberjacken beurteilen. Hm. Vielleicht nicht. Ich meine, wenn du nicht willst. Das würde mich überhaupt nicht nerven. Das würde mich überhaupt nicht nerven. Robert und Meredith. Sorry, dass du deine Gespräche abbringst. Aber wir sind heute früh zu Hause. Ich muss ein paar Sachen für die Open Mic Night und ich kann keine riechenden Augen benutzen. Oh, okay, Maureen. Kein Problem. Lass mich den Check für dich, damit ich dich auch zu dein liebsten Abend verleite. Kannst du es auf meine Tab, Maureen? Was für dich, Darlene? Wollt ihr, wenn ich bezahle? Oder zumindest für halbe davon? Meredith, nach allem deine Hilfe. Das ist das Leiste, was ich kann tun. Also, ja, bei mir. Okay. Meredith, danke für deine Hilfe. Ich bin sicher, was würde es passieren, wenn du hier nicht gekommen hättest, für deine Maillen-Verkennung. Gern geschehen, Robert. Hat mich gefreut, dass ich dir helfen konnte. Ach, das war doch nicht die Rede wert. Ich bin froh, dass es sich noch rechtzeitig geklärt hat. Ich könnte meinen Aufenthalt hier sogar verlängern. Ich bin froh, dass ich mich hier nicht mehr verlängern kann. Ich bin froh, dass ich mich hier nicht mehr verlängern kann. Das wäre... Das wäre... Schön. Schön. Ja. Okay. Okay. Wagen West. Guten Abend, Meredith. Ebenso, Robert. Aber... Du kommst hier nicht ohne einen Umarmung weg. Okay, Robert. Und mit dieser Umarmung beenden wir diese Folge von Lake. Ich hatte das Spiel komplett aufgenommen die letzten zwei Tage. Also waren dann aber über 50 Minuten und ich dachte mir, ist doch ein bisschen viel. Mache ich zwei Folgen von. Deswegen, die nächste Folge ist dann auch die letzte Folge. Da kommt dann der große Talent-Wettbewerb bei Moe und es müssen ein paar Entscheidungen getroffen werden. Die habe ich natürlich schon getroffen, aber ich werde dazu natürlich nichts sagen. Ja, seid also gespannt. Und wenn ihr das seid, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Lasst ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Unterstützt mich nämlich mit. Und aktiviert am besten das Glöckchen. Denn wisst ihr nämlich immer, wenn es weitergeht mit Lake oder einem meiner anderen Let's Plays. Ja, dann würden wir uns in der letzten Folge von Lake dann nämlich auch schon sehen. Und ich sage bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.